Soooo, da sind wir wieder! So. Warum spiele ich das eigentlich gerade mal? Ich weiß nicht warum. Okay, wir müssen... ...einen außen einnehmen. Das heißt, einen von den einfachen. Und schmeißen einfach ein paar Dinger rein. Haben wir ihn ausgenockt? ... 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 habe ich gesehen noch muss ich unter als nummer fünf ja man auch noch mal die vielleicht auch gar nicht hier viel zu tun das kann natürlich auch sein mal im musen so, das war's da ist eine gute frage ich frage mich, wie man das ernsthaft macht ich muss ganz ehrlich sagen, die steuerung ist der hammer so, das ist jetzt im toten Winkel äußerst geil ich frage mich jetzt ehrlich, wo man das fast nicht hätte genau umgepackt und man muss den Spieler auch tollen damit also ganz ehrlich, der Verbraucher ist... man hätte ja für das Ding die Dinger ausschauen können, ne? wenn ich ja ganz ehrlich fühle auch schöner gut, wie es nachher aussieht aber das Ding ist hier noch nicht ich hab die Bananen noch nicht mal das ist ja nervig gewesen ja, immerhin die Bananen und zwar nicht der Erste genau ja, boah, ich will das lohnenswertes was muss er denn die war einfach ich will immer auch noch ein Bild sehen naja, es füllt alles auf einmal so, tut's gut ok, haben wir auch ok, wen haben wir denn hier noch wir haben mal Sachse vor und das wäre Tiny ja ja top naja nein, er ist schon wieder geh weg sieht man, dass es auch so einer wird als Bosskampf aber wer Donkey Kong wieder okay w w w Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin nicht dumm. Na gerne. Na gut, haben wir da halt noch ein paar Bananen ausgeholt. Zack, unten war doch ein Triangel. Wollen wir uns da jetzt erst? Oh, ich hätte mit ihm glaube ich noch was weitermachen können. Ich mag ihn. Herrlich. Ach du Scheiße. Okay, verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Äh. Muss man da sonst stehen? Check ich nicht ganz. Oder hier? Oh, wisst ihr jetzt gar nicht hier? Was ich machen sollte. Ich will nur dahin. Ich bin ein bisschen nervig. Ich will doch den haben. Was schafft der denn nun nicht mal? Fällt mir gerade auch noch nicht mal da irgendwie in die Ecken rein. So. Darf man die Lampen nicht ber- Warte, Moment. Moment. Habt ihr gerade die Lampen gesehen? Đabs. Ja... Euch aber zuerst. Weißt du eigentlich, he輪elt mit der hade ich den Geräte. Ich werde ihn mit ihnen nicht so sehen können. Oh. 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 ok 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 wir müssen erst cranky finden die plattform haben wir nicht okay ich hab's verstanden aber ich mache kurzen cut und sehen uns gleich mit donkey cock weiter